Das Überwachungsvideo der italienischen Polizei zeigt die Männer beim Schweißen. Sie basteln aus einem Bagger einen Panzer samt Minikanone. Mit diesem 40 Tonnen schweren Gefährt planten die Separatisten der norditalienischen Region Veneto eine spektakuläre Aktion. Mit dem Panzer wollten sie den Markusplatz in Venedig besetzen. Die bisher unbekannte Gruppe Allianza plante damit einen Umsturz. Dieser sollte ein erster Schritt Richtung Abspaltung Norditaliens von Rom sein. Geplant war die Aktion für Ende Mai im Umfeld der EU-Wahl. Doch eine Spezialeinheit der Polizei beendete das Vorhaben. Der Selfmade-Panzer wurde bei einer Razzia in einem Schuppen im Ort Casale di Scorosia nahe Padua entdeckt. 24 sogenannte Unabhängigkeitskämpfer wurden daraufhin festgenommen. Unter ihnen auch Franco Rocchetta, ein ehemaliger Abgeordneter unter der Regierung Berlusconi und Mitbegründer der Liga Veneta und der Lega Nord. Ihnen wird Terrorismus, Umsturzversuch und Herstellung von Kriegswaffen vorgeworfen. Der Chef der separatistischen Lega Nord, Salvini, sprach daraufhin von den festgenommenen Gesinnungsgenossen als Märtyrer. Neben einem Referendum für die Unabhängigkeit Venetos verlangt er nun auch ein Referendum für die Lombardei. Vielen Dank.